Unsere Welt ist vom Begehren bestimmt. Ohne sexuelles Begehren wären wir erst gar nicht auf der Welt. Ohne Begehren, Wünsche, Lust wären wir schon längst gestorben. Es gibt das Verlangen nach Liebe, Nähe, Verständnis, Wachstum. Wenn Menschen ihre Lust zu leben verlieren, springen sie von der nächsten Brücke oder schlucken Tabletten. Wir können ohne Begehren nicht sein. Und doch stellt es für uns auch eine große Herausforderung dar. Viele Menschen denken fälschlicherweise, der Buddhismus verurteile das Begehren. Doch wir können das Begehren nicht auslöschen. Die buddhistische Psychologie unterscheidet nur zwischen heilsamem und unheilsamem Begehren. Denn dies führt uns zu einer Freiheit, die weit größer ist als das Reich der Begierde, da wir Begehren in wahren Reichtum verwandeln können. Es gibt heilsame und unheilsame Wünsche. Lernen Sie den Unterschied kennen und finden Sie inmitten Ihrer Wünsche Frieden. Wie praktizieren wir dieses Prinzip nun am besten? Der Buddhismus verbindet die Wurzel des Begehrens mit einem neutralen geistigen Faktor, den man den Willen zur Tat nennt. Dieser wiederum ist Teil der Lebensenergie. Wenn man den Willen zur Tat auf heilsame Weise einsetzt, bringt er heilsame Wünsche mit sich. Wird der Wille zur Tat auf unheilsame Weise ausgelebt, hat er unheilsame Wünsche im Gefolge. Traditionell zählen zu den unheilsamen Wünschen Gier, Sucht, übermäßiger Ehrgeiz, Spiel, Schürzenjägertum und Geiz. Diese wiederum lassen Charakterzüge wie Besitzgier, Selbstbezogenheit, Unzufriedenheit, Zwanghaftigkeit, Unersättlichkeit, mangelnde Würde und andere Formen des Leids entstehen. Heilsame Wünsche wiederum lassen uns genug Raum, um für uns selbst zu sorgen, uns zu ernähren und zu kleiden, unseren Körper zu achten, unsere Kinder zu erziehen und uns in Beruf und Gemeinde zu engagieren. Heilsame Wünsche sind verbunden mit einer Haltung der Fürsorge, Wertschätzung und liebenden Güte. Doch der Buddhismus kennt auch noch eine Freiheit, die jenseits heilsamer Wünsche liegt und unserer Kultur fremd ist, selbst wenn wir diese Freiheit alle kennen. An diesem Ort innerer Freiheit ist die ständige Anhaftung ans Wünschen erloschen. Wir können handeln und sind trotzdem nicht in unsere Wünsche verstrickt. Es ist so, als hätten wir unbedingt ein bestimmtes Haus gewünscht, es dann aber doch nicht bekommen, weil jemand anders ein höheres Gebot abgegeben hat. Wir verabschieden uns also vom Gedanken an das Haus und plötzlich ruft zwei Wochen später der Makler an und meint, der andere Bieter würde das Haus doch nicht kaufen. Wir könnten es haben. Nun haben wir keinen Zwang mehr und können uns das Ganze überlegen. Wollen wir das Haus tatsächlich? Entspricht es den Bedürfnissen unserer Familie? Vielleicht kaufen wir das Haus tatsächlich und richten es ein. Aber dies geschieht mit mehr Freiheit, ohne Sorgen und Zwang. Das fühlt sich so viel besser an. So müssen wir uns das vorstellen, wenn wir uns ohne Anhaftung in der Welt der Wünsche bewegen. Spielerisch und frei. Um unser Begehren umzuwandeln, müssen wir zunächst einmal lernen, wie es sich in Körper und Geist genau anfühlt. Begehren kann uns von erhabenen Freuden zu vollkommener Sucht führen, vom schieren Wunsch nach körperlichem Überleben zu spirituellen Sehnsüchten. Wie fühlt sich das Begehren selbst an, wenn es präsent ist? Dann kommt es zu Spannungen im Körper. Unsere Emotionen verfestigen sich. Der Geist wird klebrig zäh und wir richten unseren Blick nur noch auf die Zukunft. Nervosität, Eifersucht, Festgefahrenheit und Unsicherheit, all diese Qualitäten werden stärker. Wenn wir uns an unsere Wünsche verloren haben, verschließt sich das Herz. Wenn wir mit leerem Magen eine Straße entlang gehen, sehen wir nur die Restaurants. Die Bäume am Straßenrand, der weiche Schimmer des abendlichen Sonnenlichts, die Gesichter der Passanten, entgehen uns. Im Extremfall entwickeln sich Begehren und Anhaftung zur Sucht. Die buddhistische Psychologie beschreibt Sucht mit dem Bild des Hungergeistes. Ganz egal, wie viel dieser in sich hineinzustopfen versucht, er wird nie genug haben. Dies ist ein Bewusstseinszustand, in dem das Begehren unersättlich wird, der Durst nicht mehr zu stillen ist. Der Hungergeist erfährt wie der Süchtige einen Augenblick der Erleichterung, wenn sein Verlangen gestillt wird, um nach einer kurzen Pause erneutes Verlangen zu empfinden. In der Sucht wird das Leiden, das im Begehren steckt, augenfällig. Doch auch unser ganz normales Wünschen birgt leidvolle Qualitäten in sich. Wir möchten schlanker sein, charmanter, bewundert, erfolgreich, selbstsicher. Wir benutzen unsere Wünsche, um uns von unangenehmen Situationen abzulenken. Wenn ein unbewusstes Gefühl von Unsicherheit, Langeweile oder Leerheit auftaucht, folgt ihm das Begehren auf dem Fuß. Wir holen etwas aus dem Kühlschrank, schalten den Fernseher ein und verlieren uns in Ablenkungen, Geschäftigkeiten oder Süchten. Wünsche sind wie kurzfristig lindernde Schmerzmittel. Anfangs sind sie harmlos, doch natürlich können sie zur Gewohnheit werden. Wir gehen an der Kette unserer Begehrlichkeiten durch den Tag. Ein Wunsch nach dem anderen kommt auf, bis wir schließlich den Kontakt zu dem verloren haben, was wir wirklich sind. Obwohl die Welt uns für unser Getriebensein belohnt, verlieren wir innerlich dadurch. Meditationsanfänger sind meist schockiert, wenn sie sehen, wie viele Wünsche während einer einzigen Meditationssitzung auftauchen. Der Wunsch nach einem ruhigen Geist, nach Linderung der Rückenschmerzen, die Sehnsucht nach dem Glockenton, der die Sitzung aufhebt. Und zwischen diese Wünsche sind tausend andere eingebettet. Die Hoffnung auf ein leckeres Mittagessen, der Wunsch, dass der Liebste heute anruft. Ein Nickerchen wäre auch nicht schlecht. Außerdem könnte es endlich mal aufhören zu regnen, damit wir einen Spaziergang machen und die Sonne auf unserer Haut genießen können. Und natürlich wäre es schön, wenn wir beruflich endlich mal den Erfolg einheimsen könnten, der uns zusteht. Wenn wir achtsam sind, können wir erleben, wie Wünsche entstehen und vergehen. Wir können unsere körperlichen Empfindungen, emotionalen Zustände und Wunschgedanken zulassen, ohne sie zu bewerten. Wenn wir einem Wunsch auf achtsame Weise gegenübertreten, verstärkt sich seine Energie einen Augenblick lang und es kommt uns vor, als müsse sie uns überwältigen. Doch wenn wir nicht sofort lospreschen, um den Wunsch zu erfüllen, sondern einfach nur präsent bleiben, vergeht dieser unangenehme Moment einfach wieder. Erst dann bemerken wir, was sich dem anschließt. Gewöhnlich ist dies ein Gefühl der Erleichterung, des Friedens in Körper und Geist, bis das Begehren nach kurzer Zeit wiederkehrt. Besonders schön zu sehen ist dies am Ende der Sitzmeditation, wenn wir anfangen, unruhig zu werden und uns unwohl zu fühlen. Wir haben den Wunsch, uns zu bewegen, der von Frustration und körperlicher Anspannung begleitet wird. Inständig hoffen wir, dass endlich die Glocke erklingt. Und dann ist es soweit. Die Glocke ertönt und, ohne dass wir auch nur das Geringste dazu tun, findet in uns eine gewaltige Veränderung statt. Der Körper entspannt sich, die Spannung fließt ab, der innere Kampf ist vorüber und wird von einem Gefühl der Erleichterung abgelöst. Warum ist das so, wo wir doch gar nichts anderes tun? Ganz einfach, mit dem Läuten der Glocke wird dem Wünschen ein Ende gesetzt. Dann sind Herz und Geist wunschlos glücklich. Die buddhistische Psychologie lehrt uns, zwischen dem schmerzlichen Begehren zu unterscheiden, das hinter Sucht und übermäßigem Ehrgeiz steckt und den heilsamen Energien von Hingabe und Engagement. Jeder kann seine Träume auf verschiedene Weise verfolgen, ob es sich nun um einen gelungenen Roman, die Teilnahme an den Olympischen Spielen oder die Gründung eines erfolgreichen Unternehmens handelt. Wenn wir uns ein Ziel setzen, um uns zu beweisen, dass wir etwas wert sind, um unsere Unsicherheit zu überdecken oder andere zu besiegen, dann wird sich dieses Ziel unweigerlich als wertlos herausstellen und zu einem wenig heilsamen Ende führen. Doch wenn wir Hingabe, Engagement und Liebe mitbringen, dann können wir unsere Ziele auf heilsame Weise verfolgen. Die Übung von Achtsamkeit und Mitgefühl kann das Begehren transformieren. Zunächst einmal lassen wir die Gewohnheit des Anhaftens, der Gier und unser unzureichendes Selbstgefühl los. Das der Seele eigene Prinzip der Reziprozität sorgt dann dafür, dass stattdessen die gegenteiligen Zustände im Geist aufscheinen. Großzügigkeit, Hingabe, Liebe zur Schönheit und ein Gefühl des Reichtums. Wir stellen fest, dass unser natürlicher Zustand Ganzheit und Erfüllung umfasst, die weit jenseits allen Begehrens liegen. Der indische Weise Nisargadatta Maharaj, der ebenfalls mein Lehrer war, pflegte seine Schüler folgendermaßen herauszufordern. Euer Problem ist nicht, dass ihr Wünsche habt, sondern dass ihr euch mit zu wenig zufrieden gebt. Warum wollt ihr nicht alles haben? Warum nicht die vollkommene Erfüllung, Freude und Freiheit? Natürlich meinte Nisargadatta damit nicht unendliche Gier. Er sprach vielmehr von einem Bewusstseinszustand, der von der Welt nicht getrennt ist. Wir haben schon alles, was wir wünschen. Im Bewusstsein dieser Erkenntnis können wir alles in einem Gefühl des Überflusses angehen. Unsere innere Fülle lässt uns Würde, Wert und Leichtigkeit ausstrahlen. Wir haben der Welt etwas zu geben und genießen das auch. Ohne dieses Gefühl der Fülle fühlen wir uns inmitten aller Schätze wie ein Hungergeist. Kluge Eltern stärken dieses Gefühl der Fülle in ihren Kindern. Sie schenken ihnen das Gefühl, etwas zu geben zu haben und die Gelegenheit, dies zu tun. Jeder von uns braucht ein gewisses Maß an Hingabe. Ob es nun um die Erziehung eines Kindes geht, um den Aufbau eines Gartens bzw. Geschäftes oder um das Engagement in der Gemeinschaft. Weise Hingabe kommt aus dem Gefühl der eigenen inneren Fülle. Wenn wir uns der Fülle öffnen, genießen wir den Nebel, der sich vom schmelzenden Morgenschnee erhebt, oder den Dunstschleier, der beim Essen in der Kälte von einer Schüssel Tomatenreis aufsteigt. Wir freuen uns über das müde Lächeln der Kellnerin und genießen das Lebendigsein, das Atmen auf dieser wundervollen Erde. Doch dieses Suchen nach Wohlstand ist eine Sackgasse, da es die Idee der Begrenztheit widerspiegelt und von einem empfundenen Mangel ausgeht. Ein Herz, voll echter Fülle, aber ist bereits ganz. Es umarmt die Welt mit all ihrer Freude und Angst, mit Gewinn und Verlust, Edelmut und Selbstsucht. Der Geisteszustand der Fülle ist stets mit der Empfindung tiefer Dankbarkeit verbunden. In Japan gibt es eine Form buddhistischer Therapie, die Naikan heißt. Hier geht es um regelmäßige Praxis der Dankbarkeit, welche hilft, Depressionen, Angstzustände und Neurosen zu heilen. Dabei geht der Schüler langsam und systematisch sein ganzes Leben durch und dankt für alles, was er bekommen hat. Wenn die Wünsche abebben, macht sich Großzügigkeit breit. Wenn jemand in unserer Familie hungrig ist oder sich in Schwierigkeiten befindet, kommt der Wunsch zu helfen ja auch ganz von selbst. Und wenn das Herz von Anhaftung frei ist, wird unsere Familie einfach größer. Wir spüren, wie eng wir mit allen Wesen verbunden sind. Um dieses Gefühl der Fülle wieder zu erwecken, hat die buddhistische Psychologie einige Methoden geschaffen, mit denen wir lernen, freudvolle Großzügigkeit zu praktizieren. Dazu gehören die tägliche Übung des Gebens, das Gelübde, sich dem Dienst am Anderen zu widmen, sowie Visualisierungsübungen, die uns im Dienst für das Wohlbefinden alle zeigen. Diese Übungen werden wiederholt, bis jedes Haften an der Vorstellung, wir seien von Anderen getrennt und es existiere ein Gebender und ein Nehmender ausgelöscht ist. Diese Praxis der Großzügigkeit ist nichts, was uns in irgendeiner Form gut macht. Sie ist schlicht ein Weg zum eigenen Glück. Wir müssen nicht im Hospiz oder in der Notaufnahme arbeiten, um Anderen zu dienen. Manchmal besteht Großzügigkeit auch darin, dass wir ein Lächeln schenken, eine Berührung, dass wir schweigen oder zuhören können. Manchmal sind dafür aber auch Geld, Zeit, Gerechtigkeit, synthetiges Engagement und die Vision einer besseren Welt nötig. Wenn wir die Anhaftung loslassen, entdecken wir die natürliche Liebe zur Schönheit. In einem buddhistischen Kloster übten wir uns darin, das Schöne zu erkennen und das Unschöne loszulassen. Wir gingen durch den Tag und beobachteten, ob unsere Gedanken, Worte und Taten schön oder unschön waren. Wir spürten die Freude in schönen Gedanken, Worten und Taten. Wir erforschten das Leid in den Unschönen. Wir tranken unseren Tee, als wären wir bei der Tee-Zeremonie. Sogar unser Gang wurde geschmeidiger und harmonischer. Wenn es zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft zu Konflikten kam, konnten wir diese mit Freundlichkeit und Würde lösen. Alles, was geschah, wurde zum Schmuck auf dem Weg. von Schmuck von Schmuck von Schmuck von Schmuck Vielen Dank.